Kika, Kikaninchen Kika, Kikaninchen Ich bin da und spiele hier Komm doch mit und spiel mit mir Wir spielen jeden Tag Alles, was ich mag Konzessin und Pirat Vom Fahrer und Pilot Tatütatat, Feuerwehr Ich fahr im Segelboot Kika, Kikaninchen Kika, Kikaninchen Dibbe Dibbe Dab Dibbe Dibbe Dab Dibbe Dibbe Dab Dibbe Dibbe Dab 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 Lalalala, blalalala, blalalala, Dibbe-Dibbe-Dub. Dibbe-Dibbe-Dub! Hallo, Kikaninchen, da bist du ja. Hallo, Christian. Hey, hallo. Schau mal, wer da ist. Komm, Christian, lass uns was spielen. Was wollen wir denn spielen? Was ganz Tolles. Kikaninchen? Kikaninchen? Eine Schallplatte. Von Schallplatten hat man früher Musik gehört, wie heute von CDs. Wollen wir die auflegen und ein bisschen tanzen? Nein, das ist doch keine Schallplatte. Nein? Das ist ein Punkt von einem Marienkäfer. Ach klar, den hat ein armer Käfer verloren. Der ist jetzt sicher ganz traurig. Wie wäre es, wenn wir den Käfer suchen und ihm seinen Punkt zurückbringen? Aua! Was für eine schöne Wiese. Wir müssen noch den Marienkäfer finden. Wo sollen wir hier bloß anfangen zu suchen? Es ist doch alles so groß. Da, da oben. Vielleicht ist er da hochgeklettert. Von oben sieht man doch alles besser. Und siehst du den Marienkäfer? Nö. Wir können ja zusammen nach ihm rufen. Bei drei. Eins, zwei, drei. Marienkäfer! Marienkäfer! Hier oben ist er nicht. Dann können wir aufhören zu rufen. Da oben scheint er nicht zu sein. Vielleicht ist er ja ganz unten. Na klar. Käfer krabbeln oft auf dem Boden herum. Dann lass uns unten suchen. Und häp. Vielleicht ist er unter dem großen Blatt dort. Lass uns mal nachsehen. Ja. Hopp. Juhu. Wir haben ihn gefunden. Hallo Marienkäfer. Wir haben dir deinen verlorenen Punkt mitgebracht. Jetzt kannst du wieder fröhlich sein und durch die Gegend fliegen. Toll. Jetzt fliegt er wieder. Ich fliege auch. Wie gut, dass du den Punkt gefunden hast. Und ich habe jetzt doch noch Lust zu tanzen. Vor Freude. Ja. Tschüss. Hopp. Hm. Dibbe dibbe dab. Ja. Tye. Komm, lass uns tanzen. Ernie! Hallo, Kikaninchen! Spielst du mit mir verstecken? Ja, toll. Ich zähle bis fünf und du versteckst dich. Abgemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, da. Ich komme. Kikaninchen, wo bist du denn? Kikaninchen! Hier bin ich. Wisst ihr, wo Kikaninchen ist? Da. Was sagt ihr? Da. Na, hier oben. Buh. Ah. Ein tolles Versteck. Dibbe-dibbe-dab. Sieben, acht, neun, neuneinhalb, zehn. Komm mal. Kikaninchen, wo hast du dich versteckt? Oh, hallo. Hast du Kikaninchen gesehen? Ja. Wo ist es denn nur? Da. Anni, du hast dich gefunden. Erzählst du mir jetzt eine Geschichte? Klar. Ja. Welche möchtest du denn hören? Hm. Eine Geschichte von einem Mädchen. Sie heißt Melly. Und sie hat einen grünen und einen roten Schuh an. Und sie geht in den Kindergarten. Okay. Der Kindergarten ist direkt neben Mellys Haus. Sie muss also noch nicht mal über die Straße gehen. Dann kann sie ja auch alleine in den Kindergarten gehen. Mhm. Das macht sie auch. Sie ist ja schon fast sechs Jahre alt. Jeden Morgen um Punkt neun Uhr macht der Kindergarten einen Morgenkreis. Alle Kinder begrüßen dort Frau Sonnenschein, die Erzieherin. Und obwohl Melly immer pünktlich losgeht, kommt sie immer zu spät zum Morgenkreis. Warum denn das? Weil Melly kein gewöhnliches Mädchen ist. Hä? Melly hat nämlich Superkräfte. Und wegen der Superkräfte hat sie immer viel zu tun. Echt? Erzähl. Am Mittwoch zum Beispiel sieht Melly die Nachbarstwillinge. Die Zwillinge heißen Emma und Hannes. Sie wohnen auch in Mellys Haus. Sie ärgern immer die Kleinen und sind gar nicht nett. Oh, wie gemein. Ja. Sie nehmen dem kleinen Max einfach sein Brot weg. Boah, da muss Melly doch was machen. Melly macht sich unsichtbar. Die unsichtbare Melly nimmt Emma das Brot weg und drückt es Hannes in die Hand. Emma wird stinksauer, weil sie denkt, Hannes hat es ihr aus der Hand gerissen. So geht das hin und her und es kommt zu einem Riesenstreit. Oh, die beiden wirbeln ja alles durcheinander. Oh. Oh. Als der Hausmeister das sieht, schimpft er. Ihr frechen Gön, alles aufräumen, aber Dalli. Da muss auch der kleine Max schmunzeln, als er sieht, wie die Zwillinge alles wieder aufräumen müssen. Und Melly? Die bringt Max natürlich sein Brot zurück. Super gemacht, Melly! Und so kommt es, dass Melly mal wieder zu spät zum Morgenkreis kommt. Frau Sonnenschein begrüßt sie lächeln und sagt, Melly, schon wieder zu spät. Dabei wohnst du doch direkt nebenan. Melly denkt sich nur, wenn Frau Sonnenschein wüsste, was ich heute schon alles erlebt habe. Toll! Solche Superkräfte hätte ich auch gerne. Bis dann. Dibbi-dibbi-dab Sie lösen jeden Fall Schneller als die Polizei Macht euch auf was gefasst Jan und Henry sind sie zwei Verbrecher aufgepasst Ab DIRECTOR Oa, dasid Boah. Ist das langweilig. Bei diesem Film schlaf ich ja gleich ein. Ja. Ich auch. So einen langweiligen Film habe ich noch nie gesehen. Wenn du jetzt gleich einschläfst, siehst du ihn auch nicht. Diesen Film findet doch bestimmt niemand toll. Ist das toll? So aufregend, so wunderbar. Bulli-Line, findest du das nicht auch ganz großartig? Bulli-Line! Was ist großartig? Der Film? Der Film? Na, der ist doch langweilig. Nein, hier, schau mal. Ich habe mir ein Heft mitgebracht. Alles für die Kuh. Mit der neuesten Glockenmode. Und Kochrezepte. Leckeres aus Gras und Stroh. Ui, lecker. Ja, wenn es was zu essen gibt, dann bin ich immer gleich wach. Zeig doch mal spannend. Du, Henry, vielleicht werden wir ja auch wacher, wenn wir uns was zu essen holen. Ja, im Kino isst man doch auch immer Popcorn. Ja, warum eigentlich? Damit man nicht einschläft. Und vielleicht wird dadurch ja auch der Film spannender. Von Popcorn soll ein Film spannender werden? Ja klar. Siehst du hier jemanden Popcorn essen? Nee. Und ist der Film spannend? Nee. Siehst du? Weil niemand Popcorn isst. Stimmt. Komm, holen wir uns schnell welches. Ja. Oh, Heidele. Das gibt's doch nicht. Hallo Mann. Bitte eine große Tüte Popcorn. Ja, das gibt es doch nicht. Äh, dann eben zwei mittelgroße Tüten. Ja, was soll ich denn noch machen? Äh, zwei mittelgroße Tüten Popcorn. Die gibt es leider nicht. Ach, schade. Können wir dann wenigstens eine kalte Limo haben? Weil es ist nämlich ganz schön heiß hier drin. Ja, genau wie draußen. Weil Sommer ist. Nein, die gibt es leider auch nicht. Was gibt es denn dann? Ein Problem. Mein ganzes Popcorn ist weg. Und nicht nur das, die ganze Popcornmaschine. Und auch der Kühlschrank mit den ganzen kalten Getränken. Ja, aber wo sind die Sachen denn hin? Geklaut. Gestohlen. Gemopst. Gemein. Was soll ich denn jetzt nur tun? Einfach uns fragen. Genau. Wir sind nämlich Detektive. Und das ist eindeutig ein neuer Fall für die Erdmännchen. Das Problem wird angepackt und das Rätsel schnell geknackt. Ja. Ach, wo bin ich denn da reingefallen? Was ist das für klebriges Zeug? Das ist... Das ist Honig. Honig? Ja, aber den gibt es doch hier gar nicht. Ja, aber hier ist der doch. Dann haben wir wohl unsere erste Spur. Jan, kannst du bitte mal aufhören, mich abzuschlecken? Ja, aber du bist so süß, Henry. Das darfst du nicht aufschlecken. Das sind Beweisstücke. Komm, wir holen mal unsere Detektivausrüstung aus unserer Höhle. Mann, ist das heiß draußen. Jetzt bin ich von der ganzen Lauferei total durstig geworden, weil es so heiß draußen ist. Weißt du was? Du suchst die Detektivausrüstung und ich hole uns was Kaltes zum Trinken aus dem Kühlschrank. Ja, gute Idee. Wo ist sie denn? Das gibt's doch nicht. Jan! Unser Kühlschrank ist weg. Er ist was? Er ist geklaut. Gestohlen? Im Mops. Gemein. Genau. Und hier sind auch ganz viele Spuren vom Einbrecher. Guck mal, er hat unsere ganze Höhle durchwühlt. Ach, wer macht denn sowas? Ähm, ich. Oh, aber guck mal hier. Da ist schon wieder Honig. Wie im Kino. Honig? Und ein geklauter Kühlschrank? Wie im Kino. Was ist da nur passiert? Oh, vielleicht haben sich die Kühlschränke einfach nur in Honig verwandelt. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir forschen mal nach, ob noch mehr Kühlschränke verschwunden und Honigspuren aufgetaucht sind. Und wie machen wir das? Ganz einfach. Bei wem werden Diebstähle immer gemeldet? Beim Kommissar. Was? Das gibt's doch nicht. Kühlschränke? Das muss ich sofort untersuchen. Herr Kommissar, Herr Kommissar. Ihr schon wieder. Seht ihr denn nicht, dass ich am Telefon hänge? Äh, nee, das Telefon hängt an Ihnen. Was ist das denn? Das ist ja ganz klebrig. Äh, da ist ja schon wieder Honig. Was hat das nur zu bedeuten? Ich würde ja gerne darüber nachdenken, aber mit dieser Hitze kann ich mich nicht konzentrieren. Ich hole uns erstmal was zu trinken. Also wenn hier auch Honig ist, dann fehlt doch hier bestimmt auch... Mein Kühlschrank. Sagen Sie nichts, der ist bestimmt... Geklaut. Gestohlen? Gemopst. Genau. Gemein, wie bei uns. Und im Kino. Eben am Telefon hat man mir auch von geklaut, gestohlen, gemopsten Kühlschränken erzählt. Und von Honigflecken am Tatort. Na sowas. Wir haben es mit einer Diebstahl-Serie zu tun. Wisst ihr, womit wir es hier zu tun haben? Womit? Mit einer Diebstahl-Serie. Ui, toll wie Sie das herausgefunden haben. Tja, schließlich bin ich ja auch der beste Kommissar der Welt. Und was machen wir jetzt? Na wir müssen los und den Dieb schnappen. Bei der Hitze? Das kann ich nicht. Ich muss mir erst mal einen kühlen Kopf verschaffen. Vielleicht gehen wir schon mal vor. Oder fliegen. Schon viel besser. Also jemand klaut Popcorn und eine Popcorn-Maschine und Kühlschränke und hinterlässt dabei Honigflecken. Und auch beim Kommissar fehlt ein Kühlschrank und es sind Honigflecken aufgetaucht. Und auch an anderen Orten, wie zum Beispiel bei uns. Aber warum ist überall Honig? Ich hab's. Es waren Bienen. Bienen? Aber warum klauen Bienen Popcorn? Vielleicht, um Honigpopcorn zu machen. Ja, stimmt. Und die Popcorn-Maschine haben Sie geklaut, damit Sie immer neues Honigpopcorn machen können. Ja, und die Kühlschränke, damit das Honigpopcorn bei der Hitze nicht schlecht wird. Und beim Klauen haben Sie aus Versehen immer Honigkleckse hinterlassen. Ja, das klingt logisch. Los, die schnappen wir uns. Ehe die Bienen die Fliege machen. Oh je, schon wieder raus in die Hitze. Hä? So heiß scheint es nicht mehr zu sein. Hier draußen liegt Schnee. Schnee? Ja, guck. Hä? Träum ich? Also wenn du träumst, dann träum ich auch. Schnee mitten im Sommer? Ja, sieht so aus. Aber es ist doch immer noch warm. Der Schnee ist auch warm. Und er riecht nach... Popcorn. Das ist wirklich Popcorn. Lecker, es schneit Popcorn. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Boah, ist ja ganz schön heiß hier. Aha, da seid ihr ja. Wir sind aber auch gleich wieder weg. Honig sammeln. Und süße Sachen. So wie das Popcorn, was? Das habt ihr geklaut, gestohlen, gemobbt. Genau, gemein. Was sagt ihr denn da? Ja, ja, und die Popcornmaschine habt ihr auch. Ja, und die ganzen Kühlschränke. Das stimmt nicht. Ihr seid hier falsch. Ach ja, und der ganze Schnee hier? Popcorn. Der ganze Popcorn-Schnee hier? Auch nicht, wo das Popcorn herkommt. Was ist denn das für ein langes Kabel? Wo kommt denn das her? Da sieht uns jemand drum. Aus unserer Steckdose. Wofür braucht ihr denn eine Steckdose? Das ist so Musik hören. Nein, wir Bienen tanzen gerne. Wasser da! Vielleicht führt uns ja das Kabel weiter. Es führt auf jeden Fall da in den Wald hinein. Irgendwie wird es jetzt hier doch langsam kalt. Tja, seltsam so mitten im Sommer. Ach, das liegt bestimmt an den ganzen Kühlschränken, die hier rumstehen. Ach so. Moment mal. Hier, das ist doch unser Kühlschrank. Ach, stimmt. Und da, da steht auch die Popcornmaschine. Ach, das müssen die ganzen gestohlenen Sachen sein. Aber wer hat die geklaut? Wer auch immer es ist, er wohnt bestimmt in dieser Hütte da. Na, warte. Hallo? Mach keiner auf. Hallo! Hallo! Was ist hier los? Ah, ein Bär! Kann ich hier nicht mal in Ruhe schlafen? Nein, kannst du nicht. Ja, denn du wurdest überführt. Du hast die Kühlschränke gestohlen. Und die Popcornmaschine. Ja, mit der du hier alles mit Popcorn zugeschüttet hast. Äh, äh, also... Also was? Also, also ich, äh... Also du? Ich konnte doch einfach nur nicht schlafen. Ach, echt? Aber wieso? Es ist einfach viel zu heiß. Und viel zu hell. Oh, seit Tagen schlafe ich schon nicht mehr. Ach so. Und mit den Kühlschränken wird es kalt. Wie im Winter. Und das ganze Popcorn sieht aus wie Schnee. Wie im Winter. Richtig. Und im Winter kann ich super schlafen. Deswegen heißt das auch Winterschlaf. Sobald es weiß und kalt wird, schlafe ich sofort ein. Deswegen hast du dir einen Winter gebastelt. Mhm. Das hat ja auch einigermaßen funktioniert. Bis ihr mich gestört habt. Oh, das tut uns leid. Aber die geklauten Sachen musst du trotzdem zurückgeben. Aber wie soll ich denn dann schlafen? Ich hab doch sonst schon alles versucht. Ach, sogar Honigschlecken hat nichts genutzt. Dabei macht mich Honigschlecken immer müde. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie wir den Bär zum Einschlafen bringen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Oh, geliebter Heidelinde. Ihr glaubt wirklich, das funktioniert? Mhm. Ganz bestimmt. Wart's nur ab. Guck dir einfach diesen Film fünf Minuten an. Und schon bist du eingeschlafen. Dippe Dippe Dapp, oh, hallo Kikanischi. Ich sage jetzt auf Wiedersehen, ich würde dich gern wiedersehen. Dann singen, tanzen, spielen wir mit allen meinen Freunden hier. Du, 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 du und ich. Du, 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 du und ich. Wir pflanzen gute Laune ein und ernten lautes Lachen. Komm, wir heben nochmal ab und tanzen Dippe Dippe Dapp. Du, 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 du und ich. Komm, wir holen mal ab und tanzen Dippe Dopp. Du, 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 du und ich. Komm, lass uns spielen Heute sein schöner Tag Einer von piani. Ein Tag, wie ich mag. Ein Tag wie Spaghetti Lang und Loki Mit Contentonaug autum Komm, komm, komm. Güle, Güle, dosi, danke. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, tschau. Bye, bye, gut, tschö. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Ein Tag, den ich mag. Superfantastisch. Nur du, 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 du und ich. Du, 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 du und ich. Tippe, tippe, tapp. Ja.